Nachdem ihr auf unserem Kanal Spezielp das lange Let's Play Lego Herr der Ringe so lange verfolgt habt und es jetzt auch wirklich zum Ende gekommen ist, möchte ich nochmal ganz kurz ein kleines Spezial zum Schluss bringen. Und zwar gibt es ja in jedem Spiel meistens sogenannte Easter Eggs, also kleine Besonderheiten, die eigentlich nicht zum Spiel gehören, sondern die vom Entwickler so als kleines Geheimnis mit eingepackt wurden. Mir selber sind sie ja leider nicht aufgefallen, aber ich wollte sie jetzt trotzdem nochmal in einem Video alle zusammen zeigen. Viel Spaß! Bis zum Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schwul? Ich war wache in der Zetadelle, bis mich in der Schlacht von Helms Klamm ein Pfeil im Knie traf. Wenn ich dort nicht meine Bandagen verloren hätte, könnte ich mich verbinden. Findest du sie für mich? Oder rennst du jetzt die ganze Zeit mit einem Pfeil im Knie rum? Ja, Pfeil ins Knie, ne? Ah, würde ich sagen, gelitten. Oh ne, jetzt hab ich den wahren Abteurer nicht erreicht, scheiße. Geht das noch weiter? Wahrscheinlich nicht. Kacke. Boah, die krassen Schiffe. Das hat man im Film gar nicht gesehen, oder? Wir kämpfen. Yes! Jawoll! Ich kann den graben. Graben in dein Leben. Guck mal, dass er mich nicht trifft. Guck mal, das Pferd da. Oh, hilfst du mir! Ich hab' mir Pflanzen, ich soll ich da machen. Aber wir müssen hier nichts zu bringen, dass der Pferd aufschläft. Ja, aber ja, lass mal gucken, wie er sieht, denn. Ja, ich tue wieder nichts. Aber ich seh' nichts mehr. Er ist aber weg. Oh, er ist aufgefallen. Hä? Wie mache ich denn dazu? Dass der... Hä, ich hab'n Arzt-Kopf. Ich hab'n Arzt-Kopf voll gebastelt. Was mache ich denn hier? Das mache ich mit dem Arzt-Kopf, da komme ich hier hin. Ja, ich tue wieder aufschlucht. Na, endlich.